Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich die Gardena Schlauchbox nachspannen und so man natürlich auch die Rollabfeder wieder richtig spannen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Meist hat man nach ein paar Jahren das Problem, dass die Trommel das letzte Stück Schlauch hier unten einfach nicht mehr richtig aufwickelt, da unsere Feder hier drin einfach nicht mehr stark genug gespannt ist. Und das möchten wir jetzt natürlich einmal reparieren, ohne dass wir aber hier innen drin an die gefährliche vorgespannte Feder ran müssen. Unser Wasser sperre ich hierfür natürlich erst einmal ab, da mache ich das Ganze drucklos, indem ich hier einfach mal noch das restliche Wasser rauslasse und dann können wir auch schon hier vorne nämlich unsere Gardena Kupplung einmal lösen. Hierfür einfach mit einer Hand hier vorne festhalten und hier hinten diese Verschraubung gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das sollte normalerweise per Hand auch schon möglich sein und falls nicht, natürlich vorsichtig mit einer Wasserpumpenzange hier hinten angreifen und dann können wir nämlich auch schon das Ganze hier nach vorne runterziehen. Danach müssen wir unseren Schlauch schon mal so weit rausziehen, dass er auch schon von alleine einrastet und auf gar keinen Fall mehr hier zurück in die Schlauchtrommel kann. Und dann geht es nämlich darum, dass wir hier vorne mal unseren Aufrollstopp ganz einfach lösen. Hierfür einfach einen passenden Schraubendreher zur Hand nehmen und dann können wir nämlich auch schon von beiden Seiten einmal die Schrauben dementsprechend gegen den Uhrzeigersinn lösen. Als nächstes den Gartenschlauch mal nach hinten aus unserer Aufrollführung hindurch geben und wir können den Schlauch mal noch für circa zwei Meter aus unserer Schlauchtrommel rausziehen. Da muss er sich natürlich auch unbedingt feststellen, dass er nicht mehr von alleine hier reinkommen kann und dadurch spannen sich die Feder jetzt natürlich auch wieder etwas stärker. Jetzt ist unser Ziel, dass wir unseren herausgezogenen Schlauch einmal noch zweimal um unsere Schlauchtrommel herumwickeln. Und da das nur mit dem Schlauch hier relativ schwer geht, habe ich mir einmal noch für Stromleitungen so eine Einzughilfe geholt, die ich jetzt erst einmal hier rumgebe. Und danach werde ich dann das Schlauchende hier vorne auch dran kleben und somit den Schlauch auch zweimal rumwickeln. Hierfür habe ich den Gartenschlauch mal noch etwas weiter abgezogen und jetzt auch schon die Einzughilfe hier innen drin in der Schlauchbox mal um den Gartenschlauch einmal drum gegeben. Und jetzt geht es nämlich darum, dass ich auch mal hier meinen Gartenschlauch etwas anziehe und somit die Schlauchtrommel bzw. die Zughilfe auch schon eine Umdrehung hier komplett rumgebe. Hier können wir sehen, die Einzughilfe ist auch schon angekommen und dasselbe Spiel machen wir natürlich jetzt auch noch mit der zweiten Umdrehung. Den Gartenschlauch möchte ich natürlich wieder auf meine zwei Meter bekommen, deswegen kann ich das Ganze auch schon mal wieder etwas einrollen und die Einzughilfe kann ich dann natürlich auch dementsprechend wieder leicht nachziehen. Nun den Schlauch mit einem einfachen Klebeband mal an unsere Einzughilfe dran kleben und wir können ihn auch schon einmal komplett durchziehen. Die zweite Umdrehung habe ich genauso gemacht, weswegen ich auch schon mal mit gutem Gewissen meine Einzughilfe von dem Gartenschlauch wieder entfernen kann. Fädel den Schlauch von hinten einmal wieder durch meine Aufrollführung hier hindurch. Gebe den Aufrollstopp wieder an die entsprechende Position, ihr kennt mir relativ gut, wo diese kleinen Quetschungen am Schlauch zu sehen sind. Schließe auch meinen Gardena-Anschluss wieder an, indem ich erst diese Überwurfmutter hier draufgebe und danach den Schlauch einmal hier hinten mit leichten Drehbewegungen hineindrehen und dann einfach wieder eben Uhrzeigersinn. Normalerweise reicht auch handfest anziehen. Und ich teste zum Schluss die Schlauchbox dann natürlich auch noch und ich würde sagen, das schaut auf jeden Fall super aus. Das Ganze wird ordentlich reingezogen, weswegen wir auch mal mit gutem Gewissen unser Wasser aufmachen können und natürlich auch noch schauen, ob hier hinten bei unserer Verschraubung alles dicht ist. Und somit haben wir dann auch schon unsere Gardena-Schlauchbox richtig nachgespannt. Falls am Ende immer noch etwas Schlauch übrig bleibt, könnten wir diesen natürlich im schlimmsten Fall einfach etwas kürzen. Das sollte auch funktionieren oder wir machen noch einmal dasselbe Spiel mit einer weiteren Umdrehung. Wichtig ist nur, man kann das Ganze natürlich auch nicht ewig machen, denn irgendwann ist einfach der Punkt erreicht da, lässt sich die Feder dann nicht mehr weiter spannen. Und im schlimmsten Fall könnt ihr dann sogar beim kompletten Rausziehen von dem Schlauch die Feder abbrechen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch eine Schlauchbox in den verschiedensten Varianten, eine Einzughilfe oder natürlich auch einen passenden Gartenschlauch zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu dem Produkt nach Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.